es ist so hell wir sind so schnell da stirb endlich schwarmmütchen ist ja schlimmer als barbar jager ach stimmt jetzt habe ich gar keine leise waffe mit ich habe jetzt genau ich lade jetzt noch mal auf hier oder lade nach hier liegt schon toter überall gibt es ja tot es muss bestimmt hier auch richtig geil riechen auf jeden fall das ich würde das ja ganz cool finden wenn es sowas gibt so eine art duft spiele duft lampe oder das wäre okay bei den verwesten kadavern hier wäre das nicht so schön vorsicht da kommt ein zombie da wollte ich gerade zum tee einladen da hinten ist wieder mein feuerfreund ja und es sind angeschossen und da kommen hunde ich glaube es nicht geradeaus jaja habe ich gesehen ich bin mir nicht sicher ob sie auf uns kommen oder ob sie auf andere laufen ja die sind so nach links rüber gelaufen irgendwie ja ok ich mache ich löse erstmal den hinweis schnell aber wenn sie nicht angelaufen kommen können wir die ja auch ignorieren ja und wenn sie nicht gestorben sind leben sie noch immer ne genau glücklich und zufrieden musst du mal ein bisschen Hundefutter mitbringen dass die uns mal wohlgesonnen sind die stehen da rum dann so mit so einem Rudel von diesen Viechern mit an oh oh der sah aber cool aus so ein alter Seemann oh diesmal ähm gibt es auch nur ein gegner genau so einen ich weiß ich wie man ihn nennt ich hab es immer noch nicht gerafft ob es ein Endgegner ist oder Zwischengegner oder jawoll so ich muss mal dem Zombie hier vorne hallo sagen hallo Zombie oh ich schieße natürlich drüber ey alter Schwede ich muss aber jetzt hier noch ein bisschen trainieren oh links wird schon mal geballert ja ich würd sagen wir gehen da lang oder hier lang durch ja können wir ruhig machen ja halt aber der fette Gegner das war ganz gut dass du eine dicke Knarre mit hattest ja mir war das so als wenn ich mit so einem Pusterohr und Nadeln schieße oh scheiße oh ich wurde angeschlossen von links äh von rechts meine ich von rechts war also von da wo ah ja okay ich werd von der Saat Mutti mal trittiert ich muss weglaufen lauf mal weg ich hab äh eine erledigt ich muss mich gleich mal verbinden ich hab auch eine Spritze falls du dann brauchst ich hab genug selber dann oh links wird fett geballert hier vor uns heftiger Scheiß also du wurdest von rechts sagst du angeschossen genau also aus der Richtung ah da ist er auch da ist sie ja jetzt mehrere gleich ja oh einer ist es sind zwei mindestens nicht genau wo die sind hier da ist einer hinterm Baum ja oh alter jetzt hat er mich getroffen können wir doch erstmal hier weg laufen ja können wir auch machen ich hoffe ja doch das Wasser ist scheiße laufen ne ja stimmt das ist äh es war auch ein bisschen feige aber ich denke mal erstmal das ist nicht feige das ist taktischer Rückzug ja genau ja genau guck mal ob sie uns auf jeden Fall keine guck mal ob sie uns folgen ja das wäre ein bisschen dumm ja oh ja da ist er da hinten hm ok hab mir verfehlt ich weiß ich kann nicht so weit weit gucken mit der Knarre ich hab nur einen nach links laufen sehen genau ja jetzt wieder nach rechts ich baller mal so ein bisschen wild drauf los muss ich aber erstmal nachladen Pistola habe ich ja auch kann ja mit der Pistole mal ein bisschen siehst du ihn noch oder ja der ist irgendwie in die Richtung nach rechts abgehauen ah dann müssen wir gucken dass er uns hier nicht überrascht nein das läuft ja überhaupt nicht der ist jetzt da gewesen ah ah da ist ein Fass warte mal das könnte ich von Weitem glaube ich anschießen gucken ob das was bringt der läuft da grad hin oh genau die Richtung wo er lang gelaufen ist ah jetzt ist er da hinter am Haus kannst du mal markieren hm so weit weg ok ich komme mal dahin zu dir ja er ist einmal am Haus links und rechts hin und her gelaufen jetzt sehe ich ihn aber nicht mehr ah doch jetzt habe ich ihn gesehen ich habe ihn getroffen einmal da ist ein Zunge hm ich habe ihn einmal getroffen aber nicht ich versuche mal von rechts so ein bisschen ranzukommen ja genau ich muss mal nachladen es wäre gar nicht so verkehrt wenn wenn du ihn von rechts lankierst ich tue so als wenn ich nur von vorne komme ja ich sehe ihn auch ich sehe noch hinterm Haus der Arsch ja das ist auch ein Zombie ich muss den mal platt machen hier jetzt ist er weg vom Haus ich weiß nicht mehr wo er ist boah ich kann so mit der Knarre so schnell schießen das ist so geil ach doch da ist er der ist immer noch hinterm Haus ich muss mal nachladen soll ich mal von links kommen vielleicht kannst du machen ja ich versuche es mal von links jetzt ist er ähm ganz weit ist er geflohen ja ja habe ich auch gesehen er ist zu weit weg er hat wahrscheinlich dieselbe Idee wie er auch dass er links rüber will ja kann schon sein ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr ne wahrscheinlich nicht wie so ein Speer ne vielleicht dachte er sich auch er jagt uns mal mhm das ist ihm ja ein bisschen gelungen definitiv oh ja jetzt gucken wir aber wie ein Auto so aber das ist gar nicht schlecht wir können da einfach in die Richtung mhm genau weil der ist ja zum Glück in die andere Richtung gegangen mhm na wenn das wirklich so ist dass hier 16 Leute auf der Map sind vielleicht sind es ja auch mehr musste ich auch mal nachlesen also ich habe es ja in einem Video nur gehört dass es 16 sein soll aber wäre mal interessant das kann schon sein ich weiß nicht wie viele Teams der zulässt mhm siehst du jemanden mehr ne tja die Frage ist von wo ich habe das Gefühl gehabt dass es von hier kam so die Richtung ah ja da ist er warte mal da er rennt jetzt rechts rüber also eher rechts rum also eher rechts rum ja 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 das ist das geht aber ganz schön ab hier das ist die aber auch nicht ne 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 oh ich wurde von links angeschossen von links ja also von hier ja jetzt hat er mich erschossen scheiße wenn man seinem Partner nochmal zeigen will wo er ist äh ungefähr ah da ist er alter super getroffen ist nach rechts ab ach da kommt er alter das gibt's doch gar nicht sag mal haben die einen haben die einen Cheat oder ey du hast doch auch geschossen das gibt's doch nicht ja ich hab vor allem ich hatte ihn ja mit der fetten Knarre getroffen und dann noch ein paar mal mit der